hallo 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 zu einem neuen auto fritz video ja ich bin immer noch nicht fit und das verschafft mir eben gesagt etwas zeit und heute habe ich etwas gefunden was bei uns in der familie eigentlich gar nicht üblich ist aber was sich zumindest lustig anschaut hochzeit streiche das ist ein zettel dann war ich mal herbekommen keine ahnung woher aus meinem lustigen ordner jedenfalls ich lese die einfach mal vor vielleicht sind ja paar anregungen dabei die dir weiterhelfen ein hochzeit streich sollte lustig sein und das brautbart darf auch etwas genervt sein darf es lästig finden aber natürlich darf kein finanzieller schaden entstehen oder gefährlich werden und deswegen den streich bitte immer abwägen was man tun hat nicht etwas von den einfachen dingen ein einfacher streich ist einfach dinge von ihrem gewohnten platz zu einem anderen zu legen zum beispiel die socken in den kühlschrank die bücher in die speisekammer die konserven in die duschkabine die verstecke soll natürlich gefunden werden wieder und deswegen es nicht zu schwer machen aber kann es noch ein bisschen kreativer sein als das hier ein zweiter streich da drauf steht ist stellen sie plastikbecher in den wohnungseingang und füllen sie diese mit wasser so wird dem brautpaar das betreten der wohnung erschwert wichtig es sollten keine pappbecher verwendet werden denn falls das brautpaar doch später kommt als geplant könnte es natürlich sein dass die becher sich dann durchweichen und bei laminat oder parkett zu schäden führen okay das ist vielleicht nicht schlecht ja eine circa zehn meter lange stange mit quer streben wird mit kindersachen geschmückt danach wird sie im vorgarten eingegraben und gut verankert auf einem schild steht dass das brautpaar innerhalb eines jahres nachwuchs bekommen muss sollte dies nicht der fall sein wird eine brotzeit und 50 liter bier verlangt wird der baum vor ablauf des jahres gefällt so muss die brotzeit ebenfalls gezahlt werden ein kameraschutz verdeckt das ganze hier finde ich eigentlich gar nicht schlecht diese idee gerade wenn jemand einen großen garten hat und hof hat kann das sicherlich gut verwenden und klar nachwuchs braucht das land der nächste tipp versperren sie die schlafzimmertür und früher frieren sie den schlüssel in einem gefäß mit wasser ein kleben sie einen zettel an die tür mit einem hinweis auf das versteck natürlich soll das brautpaar zuerst etwas suchen und so verraten sie mit dem ersten hinweis noch nicht dass sicher der schlüssel im gefühl verfindet verwenden sie ruhig fünf stationen bis man endlich zum kühlschrank kommt zu guter letzt muss das brautpaar nach dem schlüssel noch auftauen beschränken sie aber die aktion auf die wohnung und machen sie die rätsel nicht so schwierig finde ich gut das gefällt mir gut okay tipp nummer fünf glaube ich entfernen sie die etiketten von den konservendosen oder vertauschen sie die bandeloren mit hilfe eines klebestiftes das brautpaar wird noch für lange zeit eine überraschung erleben befindet sich jetzt mais oder erbsen in der dose sie können auch alle frischen eier hart kochen als zucker vertauschen so etwas habe ich schon mal gehabt in dem geschenkkorb mit den dosen wo man die ganzen schilder entfernt hat von den dosen okay der nächste tipp ja schichten sie holzscheide vor der eingangstür auf damit man nicht so leicht in die wohnung kommt okay wenn die mit holz heizen ist es vielleicht gar nicht schlecht aber ansonsten ist es nicht so mein teil mein fall füllen sie ein kinderplanschbecken mit wasser und stellen sie es auf das bett der neu vermelden nette freunde geben seckflaschen gläser rein weniger nette einen lebenden karpfen ja okay das gefällt mir ja ganz gut verstecken sie mehrere wecker im schlafzimmer des brautpaares und lassen sie alle halbe stunde einen leuten ja der ist auch gut verseilen sie ein zimmer komplett mit teppichgarten okay viele arbeiter mit der schere kippen sind relativ schnell gelöst ist also nicht ganz so der große hit werfen sie eine kleine batterie betriebene glückwunschkarte happy birthday oder ähnliches offen hinter den schlafzimmerschrank für romantische nächte okay das kann natürlich auch eine lustige aktion werden auch schaut euch den schrank genau an ob man den vielleicht auch vorziehen kann ansonsten ja kann man vielleicht in den schrank wegschmeißen es gibt die schränke sind heute nicht mehr so gebaut wie früher zum großen teil beim kleinsten ruckeln fallen die auseinander also schaut euch den schrank vorher genau an füllen sie ein zimmer mit luftballons oder styropor schnipsel bekommt man am besten nach dem recyclinghof in manche luftballons kann man eventuell etwas reiß füllen ja sicherlich lustig aber schon auch mit sehr sehr viel aufwand verbunden und ja im zugefunden klimaschutz umweltschutz weiß ich nicht ob man da so viel müll fabrizieren muss und der letzte tipp stellen sie die wohnung des paares unter ein motto vielleicht verreisen die beiden gerne so können sie landkarten weltkugeln flugzeuge gegenstände aus fremden ländern in der wohnung verteilen beachten sie dass selbst gebastelte utensilien meist schön und nass gekaufte sie finden bestimmt für jedes hobby die richtigen dinge die sie in der wohnung verteilen können es besteht auch die möglichkeit dass ein zimmer passend für die braut und ein zimmer passend für den bräutigam arrangiert wird oder stellen sie die wohnung unter das motto glück marienkäfer kleblätter und glücksschweine verwenden bleibt zu überlegen ob marienkäfer und glücksschweine lebendig oder ja du weißt was ich meine ok das waren hochzeit streichen wie gesagt in meiner familie ist es eigentlich überhaupt nicht üblich sowas zu machen ein paar lustige dinge finde ich allerdings schon dabei und ja schreib doch mal die kommentare wenn du schon irgendwo in hochzeit streich gemacht hast wie der abgelaufen ist wie die reaktion darauf war und was natürlich gemacht hast ganz klar ok bis zum nächsten video dein auto fritz